Musik 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 Ich will mich draussen besuchen Ja, ich kläre es ab Ich kläre es ab Ich habe Teddy Bear mitgenommen, hast du auch Rosen? Ich muss es, Moment, Moment Ich kläre es ab, ob ich kann We are the world Ah, das ist so neu Du ja Ich hoffe, hier brennt nicht plötzlich Kumbaya, my lord Kumbaya, my lord Ich kann es auch rein Was stimmt bei dir nicht? Das war mit dem Film Wie siehst du aus? Sag dich auf mich, oder? Sag dich auf mich Schau mal auf Europa Amdret Ich bin sicher, dass es da unten eine Operation ist Ich glaube, es ist da unten Ich glaube, es ist da unten Nein, er hat es nicht überlebt Er hat es nicht überlebt Du siehst meine Hand, du mich da operieren Er hat es nicht überlebt Ich sehe es Eines Tages wieder, hombre Kumbaya, my lord Er ist da Shit, man, der ist auch gefragt Spital, hey, Spital, wie gross wirst du sein? Und er sagt, ja Was soll das? 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 Grüne Bandeli um deinen Kopf Was soll das? Das Bandeli habe ich seit zwei Jahren nicht gewaschen Grün Nein, grün Hä? Was soll das? Was soll das denn? Was soll das denn? Fühlst du dich krass, weil du Bandeli hast Nein, ich suche es Sag das noch einmal Sag das noch einmal Sag das noch einmal und dann sag das noch einmal Also wirklich, Paco, ich muss wieder sagen Alter, du bleibst dich Hä? Paco, du hast aber nicht wieder all deine Ferraris raus Mal Aber wer bist besser ist dir? Ja, und dann musst du sie wieder rein Nein, lass dich einfach durch Dann lass dich aufpassen So hältst du dann Genau Eins, zwei, drei Nicht schlecht meine Sammlung, oder? Die Senior Sammlung Was ist mit dem genau, der da vorne? Wer? Der da, der vor mir Er versteht dich einfach nicht, oder? Wirklich mal hier Hörschlauch, Mann Das sind eine Säge Irgendwo Dann ist er Ich sag das Ich kann mich Hör auf den hier, Mann Deh, ane tut So, 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 so. You were bound from the server. Oh, ich habe gehört, ich bring dir nicht viel. Mama, ich weiss, was ich mache. Ha! Geil! Ich muss mich ein bisschen einwärmen. Wir müssen in den Dienst. Ich muss mich ein bisschen einwärmen. Tami, du kannst dich gerade jetzt vorstellen. Komm gleich an den Kari. Ich weiss gar nicht mehr, wir haben ein Bock drauf. Vorher schalten. Du kannst ja immer noch Zivil. Du kannst ja immer noch Zivilleben machen, wenn es ihnen nicht gefällt. Hey, ist die Guss. Ist die Guss? Nicht die Polizei zu plagen, ja. Nein. Kannst du zuerst sagen? Willkommen zuerst. Nein, steigen jetzt sofort. Kari, Kari. Ja so, kann man normal. Wenn man nicht Knast tut, wenn man nicht Knast tut. Nicht spielen mit mir, ey. Du drei Stunden Knast, Boy. Was? Gut. Drei Stunden Knast kommst. Warte, Kari, wo gehst du? Kari, ey.